Akquise, Einkauf und Verkauf, das ist das, was als Immobilienmakler wirklich zählt. Deine sogenannte Kundengewinnungsmaschine, die muss rundlaufen. Und 8 von 10 Immobilienmaklern haben genau diese Nuss nicht geknackt. Also, immer wiederkehrend, am besten täglich oder zumindest mal regelmäßig in der Woche, Anrufe von verkaufswilligen Menschen, die bei dir anrufen und sich für deine Dienstleistung interessieren. Regelmäßig Einkaufstermine, die dafür sorgen, dass du Alleinaufträge abschließen kannst. Und, last but not least, Objekte im Auftrag hast, die erstens verkaufbar sind, zweitens in einem vernünftigen Zeitrahmen und drittens, damit du auch wirklich Umsatz machst, also Geld auf dein Konto bekommst, um wiederum zu investieren, dein Unternehmen weiterzuentwickeln, also heißt, schnell und zeitnah Immobilien verkaufen zu können. Ich nenne es das Speed of Closing am Ende des Tages. Das sind genau die Dinge, die absolut relevant sind. Und wenn du, egal bei welchem Punkt, aber bei einem dieser Punkte oder vielleicht bei allen dreien Punkten, nicht weiterkommst, feststeckst, oder glaubst, du stehst auf der Bremse, noch nicht an deinem Standort so bekannt bist, dass das funktioniert, dann musst du, du hast eigentlich gar keine andere Wahl, muss ich ein bisschen schmunzeln dabei, aber dann musst du jetzt wirklich hier unter diesem Video klicken und dein kostenfreies Erstgespräch buchen und mit mir sprechen, damit wir herausfinden, was konkret deine Themen sind, was konkret deine Schwierigkeiten sind und wie wir die gemeinsam lösen können. Grundvoraussetzung dafür ist aber, dass du bereit bist und Lust hast, dir wirklich helfen zu lassen, weil alles andere macht überhaupt gar keinen Sinn. Du musst eine Grundbereitschaft haben, dir helfen zu lassen. Mein Name ist Heinz Bosbach, ich habe über 30 Jahre Erfahrung in der Finanz- und Immobilienbranche. Ich habe 1990 meine erste Immobilie verkauft, null Plan von dem, was ich da eigentlich mache und habe mich im Laufe der Jahre hier weiterentwickelt. Ich habe eine Blaupause entwickelt, wie man einen perfekten Maklerbetrieb aufbaut und ich bin mir sicher, dass ich dir nicht nur den einen oder anderen guten Tipp geben kann, sondern ein System an die Hand gebe, was im wahrsten Sinne des Wortes richtig geil funktioniert. Deshalb nutze jetzt die Chance, bewirb dich auf ein kostenfreies Erstgespräch und wir lernen uns in Kürze kennen.